Horoskop für heute, Löwe, 28. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Es ist eine Zeit der emotionalen Erneuerung. Achten Sie besonders darauf, wie Sie heute an die Welt herangehen und konzentrieren Sie sich bewusst auf die Selbstverbesserung. Der Mond bewegt sich heute aus Ihrem Zeichen in Ihren Geldsektor und lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf praktische Angelegenheiten. Sie sehnen sich nach mehr Vorhersehbarkeit, zumindest auf emotionaler Ebene. Später am Tag könnten Sie sich dabei ertappen, dass Sie sich zu sehr auf die Details eines Plans konzentrieren, was dazu führen könnte, dass Sie das Wichtigste verpassen. Ein Merkur-Jupiter-Einfluss kommt ins Spiel und obwohl er gut ist, um Ihren Geist anzustrengen, ist er nicht gut für Ihre Nerven oder Geduld. Konzentrationsschwierigkeiten können Ihren Fortschritt vorübergehend einschränken. Unterschiedliche Perspektiven können frustrierend sein, aber sie können auch gute Lernerfahrungen sein. In Wahrheit ist der Tag gut dafür geeignet, ein Gefühl für eine Mission oder einen Zweck zu entwickeln. Ihre Ambitionen wachsen und Ihre To-Do-Liste füllt sich. In den kommenden Tagen steht eine heiße Phase für Ihr Sexualleben bevor. Sie haben die Möglichkeit, Ihre empfindlichsten Stellen zu erkunden. Während der mächtige Mars, der rote Planet des Sex, der Leidenschaft und des Triebs in einem göttlichen Treigen mit dem majestätischen Neptun in Ihrem Solar aus der Intimität Händchen hält, könnten Sie feststellen, dass Sie mit Ihrem einzigen Laut brüllen und stöhnen. Lösen Sie sich von der Realität, um prickelnde sinnliche Freuden zu erkunden, und Sie werden sich schnell friedvoller fühlen. Halten Sie sich dieses Wochenende an ein Budget. Achten Sie auf Ihre Ausgaben und Ersparmisse, wenn der Mond in die Jungfrau eintritt. Sie arbeiten hart für Ihr Geld, also wäre es schade, es zu verschwenden. Der pragmatische Mond in der Jungfrau lädt Sie dazu ein, darüber nachzudenken, wohin Ihr Geld fließt. Hoffentlich finden Sie einen Weg, Ihre Bücher auszugleichen. Sie können Geld für lustige Dinge ausgeben, wie einen Abend mit Freunden oder ein neues Hemd für die Arbeit, ohne zu übertreiben. Wenn Sie sich an ein Budget halten, fühlen Sie sich dieses Wochenende finanziell ausgeglichen statt finanziell gestresst. Heute beginnen positive Aspekte für Sie. Sie unterstützen Sie bei Ihren Bemühungen. Dies kann das quälende Gefühl lindern, ganz allein zu sein. Viele Menschen werden durch diesen Transit sensibler und müssen sich selbst hinterfragen, und das Ergebnis ist, dass sie sich in Gegenwart anderer Menschen mehr als Teil der Gang fühlen werden, als dies normalerweise der Fall ist. Um dieses Gefühl von Stärke und Selbstvertrauen zu verstärken, sollten Sie, wenn möglich, ins Fitnessstudio gehen und Ihre Oberkörperkraft aufbauen. Emotional gesehen könnten die heutigen Schwingungen eine gewisse Instabilität hervorrufen, ein Gefühl der Unzufriedenheit. Sie spüren vielleicht, dass in Ihrem Liebesleben neue Wünsche auftauchen. Haben Sie Fantasien, die darauf warten, verwirklicht zu werden? Wenn dies der Fall ist, seien Sie nicht zu ungeduldig. Beginnen Sie mit der Kommunikation, denn das ist wahrscheinlich der beste Weg, um zu bekommen, was Sie wollen. Zur gleichen Zeit, in der Saturn seine letzten drei Wochen in rückläufiger Bewegung bremst, nimmt der Planet der Hoffnungen und Träume in ihrem Finanzsektor zu, der ihn und Neptun unterstützt. Saturn trennt sich noch von einem freundlichen Aspekt zu Merkur, der zu Beginn der Woche noch inne hat, während sich Mars, der Kriegerplanet des Kosmos, morgen mit Neptun zusammentun wird. Während beide auf die Vergangenheit fokussiert sind, auch dies alten finanziellen Träumen neues Leben ein, während Saturns Rückkehr genutzt wird, um alles zu tun, was nötig ist, und zwar so lange, wie es nötig ist. Dies gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre finanzielle Macht zurückzugewinnen und sich vor allem von jedem Einfluss der Vergangenheit zu befreien, der auf Sie ausgeübt werden könnte. Der letzte Besuch des Mondes im Löwen vor der Rückkehr des Mars ist zugleich sein letzter Besuch, bevor Pluto in ihren Beziehungssektor zurückkehrt, und der einzige Besuch, während Venus, der Planet der Liebe, in ihrem romantischen Sektor ist. Dieser letzte Besuch wird das Gleichgewicht zwischen Ihren eigenen und Ihren Beziehungsbedürfnissen nicht auf die Probe stellen, sondern trägt stattdessen dazu bei, eine Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie zu fördern. Täglicher Planetenüberblick Der heutige Tag bringt eine erfrischende, bodenständige Energie, da der Mond in das praktische und organisierte Zeichen der Jungfrau eintritt. Mit dieser kosmischen Verschiebung verspüren viele von uns möglicherweise den Drang, aufzuräumen, vorauszuplanen und die Einzelheiten des Lebens mit einem Gefühl der Ruhe und Zielstrebigkeit anzugehen. Es ist, als würde uns das Universum einen freundlichen Schub senden, um eine gärtetere Herangehensweise anzunehmen, die es uns ermöglicht, uns emotional klar und produktiv zu fühlen. Wenn Sie jemand sind, der dazu neigt, sich in Stress oder Drama zu verstricken, könnte der heutige Jungfraumond eine willkommene Atempause bringen. Unter diesem Einfluss werden wir eingeladen, die Dinge aus einer ruhigen und reifen Perspektive zu betrachten, was uns hilft, unnötige Spannungen zu vermeiden und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Eine der wunderbaren Gaben der Jungfrau Energie ist ihre Fähigkeit zu Empathie und Verständnis. Heute fällt es Ihnen vielleicht leichter, sich in die Lage eines anderen zu versetzen und die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Dieser Mondanfluss fördert Mitgefühl und die Bereitschaft, aufmerksam zuzuhören. Aber denken Sie daran, dass diese empathische Energie zwar eine schöne Sache sein kann, es aber ebenso wichtig ist, gesunde Grenzen einzuhalten. Sie sind nicht verpflichtet, die Lasten anderer auf sich zu nehmen oder die Rolle des Therapeuten für ihre Mitmenschen zu spielen. Die heutige Botschaft dreht sich um ausgebogene Unterstützung, seien Sie für andere da, aber vergessen Sie nicht, auch Ihr eigenes Wohlbefinden an erste Stelle zu setzen. Auf zwischenmenschlicher Ebene fördert die heutige Energie auch eine ausgebogene Sichtweise der Perspektiven. Sie fühlen sich vielleicht besonders sicher in Ihrem Standpunkt, was großartig ist, aber denken Sie daran, dass auch andere Ihre eigenen einzigartigen Erfahrungen und Ideen mitbringen. Manchmal glauben wir, das ganze Bild zu sehen, nur um dann festzustellen, dass es einen anderen Blickwinkel gibt, den wir nicht berücksichtigt haben. Indem Sie die Perspektiven anderer Menschen anerkennen und wertschätzen, steigern Sie nicht nur Ihre eigene Glaubwürdigkeit, sondern schaffen auch Raum für tiefere, bedeutungsvollere Verbindungen. Wenn Sie das Bedürfnis loslassen, immer recht zu haben, können Sie reibungslosere, harmonischere Interaktionen führen. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie Ihre Haltung aufgeweicht haben und dies zu einem positiveren Ergebnis geführt hat? Die heutige Energie ist eine sanfte Erinnerung daran, wie mächtig diese Flexibilität sein kann. Dieser geerdete Jungfrau Mond ist auch ein wunderbarer Zeitpunkt, um Ihre aktuelle Situation genauer unter die Lupe zu nehmen und sich Verbesserungen vorzunehmen. Wenn Sie sich ein wenig festgefahren fühlen oder Ihre Lebenssituation finanziell, beruflich oder persönlich verbessern möchten, ist heute der Tag, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Energie der Jungfrau kann uns helfen, uns darüber klar zu werden, was genau getan werden muss, und uns motivieren, vage Ideen in realistische Pläne umzusetzen. Es ist ein einzigartiges Gefühl der Befriedigung, eine Lösung zu erkennen und zu wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg zu sinnvollen Fortschritten sind. Wenn Sie also ein Ziel haben, das Sie aufgeschoben haben, machen Sie heute einen kleinen Schritt darauf zu und sehen Sie, wie befriedigend es sich anfühlt. In finanzieller Hinsicht bringt der heutige Tag eine stabile, scharfsinnige Energie mit sich, die kluge Entscheidungen unterstützt. Der Einfluss der Jungfrau schärft unsere Fähigkeit, Gelegenheiten mit scharfem Auge zu beurteilen. Wenn Sie also finanzielle Angelegenheiten regeln oder neue Investitionen in Erwägung ziehen, vertrauen Sie darauf, dass Sie ein gutes Geschäft erkennen. Egal, ob Sie über größere Investitionen nachdenken oder einfach nur nach tollen Schnäppchen Ausschau halten, Sie werden sich wahrscheinlich in der Lage fühlen, zwischen Angeboten zu unterscheiden, die einen Wert bringen, und solchen, die dies nicht tun. Haben Sie jemals ein unerwartetes Schnäppchen gefunden, das Ihnen den Tag gerettet hat? Heute könnte Ihnen so viel Glück bringen. Also los, halten Sie die Augen offen und scheuen Sie sich nicht, die Gelegenheit zu ergreifen, wenn sie sich richtig anfühlt.